herzlich willkommen hier zurück auf dem georeference kanal in der heutigen episode möchte ich euch mal was erzählen über das kommerzielle alice system hier am beispiel der version in dem hellen tanne farbton wurde natürlich auch noch produziert für den markt unter anderem in schwarz bootland natürlich normal in oliv kopiert und auch noch in ein zwei anderen farben ich habe doch schon mal chocolate chip desert gesehen aber das war nur eine einzige tasche ansonsten war das so für den zivilmarkt zugänglich gab es in europa zu kaufen gerade auch hier in deutschland und eben natürlich auch in den vereinigten staaten wir haben die normale produktpalette des lc systems was ja auch durch die verschiedenen versionen gegen mit lc 1 bis 3 etc und hier wurden eben bestimmte bestandteile kopiert die dann dem markt angeboten wurden das kommt ganz häufig vor wenn wir zum beispiel neue ausrüstung haben die eingeführt wird dass der markt darauf reagiert kopien anfertigt und das ganze dann so dementsprechend vertreibt hier jetzt warum gerade das beispiel tan dieses material was ihr hier seht ist auch aus dem surplus und zwar aus dem raum rammstein dort ist unter anderem die air force security für die bewachung der flugplätze etc zuständig und das ist auch schon die erste referenz die ich ansprechen möchte die air force security sowie andere air force einheiten sieht man gerade in der frühen phase des global war on terror relativ häufig damit deswegen habe ich auch dieses system diese teile damals angekauft fand ich ganz spannend es gibt auch ein paar einzelteile aus dem lc system die in tan produziert wurden zum teil sind das nur ganz kleine experimentelle zahlen die da produziert wurden die aber nicht weiter verfolgt wurden oder eben wie zum beispiel so eine feldflaschen tasche etc wo denn auch mal die denn auch normal quasi zur verfügung gestellt wurde gerade die große version sieht man da dann noch relativ häufig hier aber eben im bereich der air force sieht man eben genau das wir haben da auch je nach hersteller die hersteller sind unbekannt also man weiß kennt natürlich die shops wo es angeboten wurde aber es ist niemals ein tag drin also ich weiß auch nicht wer das produziert hat leider wenn es jemand wissen sollte gerne wieder in die kommentare schreiben deswegen haben wir auch ein paar farbabweichung zum teil zum beispiel wie hier bei diesen magazintaschen von den farben her habe ich beides bei der air force gesehen mal ein bisschen im dunkleren mal ein bisschen im helleren da sind zum teil auch mal bei den einzelteilen verschiedene materialien verwendet wurden aber ansonsten sind die im großen und ganzen recht identisch wie schon angesprochen die air force security dort zum teil mal als ganzen satz getragen zum teil aber eben auch nur einzelteile vereinzelnd denn auch noch mal zu sehen bei den para rescue jumpern und bei cct also wieder die jungs und die jtex die die luftfahrzeuge steuern wenn sie sich im angriff befinden bei der air force security wie schon gesagt kommt dann halt mal vor dass einzelteile getragen werden auch schon dazu gesagt job von denen ist die flugfeldbewachung zum beispiel da reicht natürlich auch wenn ich den suspender trage und ebenen belt dazu mit ein zwei magazintaschen und da halt so ein guard duty posten ausführen kann bei gerade teilen wie den para rescue jumpern sehen wir dann auch mal dass teile kombiniert werden mit der normalen oder mit der anderen ausrüstung zum beispiel mit der aws cct low bearing west da dann eben unten ja immer die schlaufen für den belt da sehen wir auch dann mal gerne dass der welt genutzt wird zudem noch ein paar magazintaschen um einfach das fassungsvermögen dieser weste zu erweitern genau dafür sind ja auch diese belt loops gedacht und ich kann halt so noch mal viel mehr magazine mitführen zum anderen gibt es auch noch ein sehr schönes bild von dem para rescue jumper der den eagle air rescue harness oder die eagle air rescue load bearing vest trägt wo denn das die normalen suspender entfernt wurden und dafür eben diese suspender in verbindung mit diesem system getragen werden eine andere referenz habe ich aber auch nur eine von gefunden ist noch ein ehemaliger angehöriger der us army green brace der umgangssprachlich auch hier genannten special forces ich meine damals fifth special forces group der sein kit trägt und zudem noch zwei tan ellis magazintaschen vom kommerziellen markt eine andere quelle aus einem ganz anderen bereich ist dann noch mal die us navy eod also die kampfmittelräumer der us navy und da ist dann auch ein sehr schönes bild wo noch holster intern dazu getragen werden einzelne tasche und man sieht sogar mal ein backpack intern in benutzung das ist auch da man selteneres stück sieht man auf referenz fotos relativ wenig habe ich leider auch nicht in meiner sammlung kann ich aber ganz gut mit leben und von daher haben wir aber diese eine schöne referenz ja wie man hier sehen kann haben wir hier noch mal das beispiel unter anderem aus einem alten cotton celler katalog hier auch dass die sachen und döschen angeboten wurden hier in dem fall nicht in der farbe tanne aber dafür in schwarz oliv und eben in woodland und dann natürlich noch mal hier ein katalog aus dem amerikanischen raum wo wir eben auch genau das tan im angebot sehen eingeführt mit einer nsn etc sind diese teile natürlich nicht in der truppe das ist so ein bisschen mehr dieses unit purchase werden einzelne einheiten sich für gewisse sachen entscheiden und dadurch eben eigene finanzielle mittel auf sich nehmen um dann dementsprechend ausrüstung für ihre soldaten zu kaufen ist natürlich an sich eine ganz coole sache sehen wir gerade in spezialisierten bereichen relativ häufig bei der air force security force ist das auch heute nach gang und gäbe dass die eben für sich gezielt aus ihren töpfen material dazu kaufen hier möchte ich noch erwähnen dass dieser suspender den ich habe ich genauso bekommen wie wir jetzt hier sehen hier drüben noch mal ein ganz cooles detail mit paracord in karabiner angebracht der hat einen blauen verschluss und ist ansonsten so metallic rot ist dann noch ein bisschen mit tape abgetarnt worden zum anderen haben wir hier noch den dienstlich gelieferten gehörschutz in der gehörschutz box der hier vorne durch den kleinen ring geschlauft wurde und hier noch eben dran fixiert ist am rücken steht noch wahrscheinlich der spitzname oder der normale name fisch auch ganz spannend und genau so habe ich eben diese teile bekommen ist der ganz normale y suspender so wie wir ihn in den meisten fällen kennen die gab es auf dem zivilen markt auch noch als h suspender da haben wir hier also nicht diesen y riemen der runter geht sondern zwei riemen und so kommen wir zu diesen berühmten h also dem h suspender im großen ganzen unterscheiden sich die taschen auch nicht die sind weil wer mehr oder weniger sauber verarbeitet mit masse eher sauber verarbeitet aber ich habe auch schon ein paar exemplare gesehen die man ja meiner meinung nach nicht so top wie sagen die normalen usgi issued taschen bei den ellis magazin taschen die sind auch genau so umgesetzt worden und haben auch hier im inneren noch die zwei unterteilungsschlaufen die es ermöglichen denn eben die drei m16 magazine hier getrennt voneinander einzuführen bei den verschlüssen da ist mir aufgefallen da hat man manchmal schon mal eher dass das ding dass man sagt okay hier hapert ein bisschen an der qualität weil die nicht so fest sitzen wie zum beispiel bei den usgi issued die ganz normalen in oli bei den gürteln sehen wir den hier mit dem plastik schnellverschluss aber da ist das angebot auch so gewesen dass zum beispiel noch modelle mit dem älteren verschluss angeboten wurden auch dieser gürtel stammt aus dem raum rammstein aus dem surplus und ich gehe davon aus dass auch dieser dort genutzt wurde genau im detail will ich jetzt euch die einzelnen taschen gar nicht zeigen ist wie gesagt ganz normal usgi issued wenn jemand irgendwie interesse hat dass ich mal alles normales equipment vorstelle schreibt gerne in die kommentare dann kann man dann in dem bereich vielleicht mal direkt darauf eingehen und vielleicht auch noch mal diese taschen zeigen im vergleich mit dem normalen ja dann bedanke ich mich wieder mal fürs zusehen seid gerne beim nächsten mal wieder mit dabei und dann bringen wir uns bis bald